Herzlich willkommen zum letzten Thema aus dem großen Bereich der Orientierung. Wir haben ja jetzt im Bereich Orientierung uns erst über Übergänge zwischen Bildschirmseiten generell unterhalten und dann jetzt in den letzten Videos recht intensiv über Navigationstechniken und was diese Forderungen bei der Navigation eigentlich bedeuten gesprochen. Und jetzt heute soll es abschließend dann um die Modusgestaltung gehen und wenn ihr hier mal auf dieses Bild guckt, dann seht ihr da so ein Nummernschild. Das ist von Larry Tesla das Nummernschild und da steht drauf No Modes und oben drüber und also drumherum How do I get out of this mode? Es gibt also bei Modi wohl offensichtlich eine gewisse Problematik, die den Herrn Tesla dazu gebracht haben, das ganz extrem abzulehnen und warum das so ist und was es damit auf sich hat und ob das eigentlich noch sinnvoll ist, das wollen wir uns heute mal anschauen in diesem und in den nächsten Videos. Bringen wir uns nochmal einmal kurz ins Gedächtnis, welche Forderungen wir eigentlich hatten hier in dem Bereich Orientierung. Es waren ja drei Stück und das sind die drei sehr wichtigen Forderungen, die es gibt, wenn man nicht alles auf einer Bildschirmseite gestalten kann, sondern mehrere verschiedene Objektarrangements oder auch mehrere verschiedene Funktionsarrangements haben muss. Und diese drei Forderungen waren die Forderung nach der Erschließbarkeit. Ich muss also am Bildschirm etwas haben, worüber ich erfahren kann, was alles möglich ist oder auch zumindest, dass da noch mehr ist und das muss ich dann wiederum zur Anzeige bringen können. Die interne Konsistenz, dass wir also innerhalb unserer Software dafür sorgen, dass, wenn wir uns für eine bestimmte Sache entschieden haben, auch dabei bleiben. Also keine Unterschiede irgendwo einbauen, die keine Bedeutungsunterschiede tragen. Denn das sorgt für Irritationen und Fehlbedienungen und damit für erzwungene Sequenzialität. Und dann schlussendlich noch die Kontinuität, dass wir es also hinbekommen, dass wir nicht schlagartig von einer Situation in die andere Situation wechseln, sondern dass es Übergänge gibt, die man als Mensch mit dem Wahrnehmungssystem, mit dem wir ausgestattet sind, wahrnehmen und auch verstehen kann. Diese drei Forderungen, die werden uns jetzt auch bei der Modusgestaltung immer wieder verfolgen. Denn Modus hat genau damit zu tun, wie man es hinkriegt, wenn man zu viel auf einmal, zu viel Funktionalität, zu viel Inhalt auf einmal hat, wie man damit klarkommt. Nämlich, dass man verschiedene Modi eben einführt. Ja, jetzt habe ich schon Modus immer wieder gesagt, aber was ist das eigentlich? Und was ist eigentlich ein Modus? Ihr habt den Begriff sicher alle schon mal gehört und ihr habt den auch sicherlich alle schon benutzt. Aber ihn zu definieren ist schwer und das werden wir gleich auch nochmal sehen, wenn wir da versuchen, also Kriterien zu bilden, was alles ein Modus ist und was nicht. Ah, das fällt einem schwer. Wenn man allerdings Modi benennen soll, das geht oft relativ einfach. Also wenn wir so eine Software nehmen, wie hier dieses Keynote oder Microsofts PowerPoint, dann kann man sich jetzt fragen, welche Modi hat das eigentlich, welche Modi gibt es in dieser Software und warum hat es die? Und wenn ihr jetzt mal kurz überlegt, welche Modi fallen euch ein in so einer Präsentationssoftware? Ja, das sind wahrscheinlich einige, also drei, denke ich mal, dürfte man relativ leicht drauf kommen. Das eine ist zum Beispiel der normale Modus, in dem ich die Folien bearbeiten kann. Ich habe hier mal Folienmodus genommen, da kann ich also Objekte drauf machen, kann Texte reinschreiben, Bilder einfügen, alles Mögliche. Aber dann gibt es ja auch noch die Formatvorlagen und die Formatvorlagen werden ja in einem anderen Modus bearbeitet. Das heißt, ich kann ja nicht normalerweise die Elemente der Formatvorlage bearbeiten, da muss ich extra einen anderen Modus aufrufen, die Software in einen anderen Zustand bringen. Ja, und wenn ihr eine Software präsentiert, wenn ihr eine Präsentation präsentiert, meine ich natürlich, dann seid ihr im Präsentationsmodus. Das heißt, in diesem Modus könnt ihr gar nichts bearbeiten. Oder sagen wir mal vielleicht in ganz, ganz kleinen Rahmen kann man vielleicht mal Annotationen machen, je nach Software, die man da verwendet. Das sind drei Modi, auf die kann man relativ einfach kommen. Es gibt da noch ein paar zusätzliche Modi, die man sich überlegen kann, dass man zum Beispiel einen Modus hat, der eine Aufzeichnung noch explizit beinhaltet. Der ist dann dem Präsentationsmodus vielleicht ähnlich, hat aber ein paar weitere zusätzliche Features, die man sonst nicht da drin hat. Warum braucht es diese Modi? Es braucht diese Modi aus einigen Gründen. Zum einen haben wir sonst sehr viele Funktionalitäten, alle auf einmal. Und das ist problematisch, denn wir kriegen sie gar nicht alle gleichzeitig dargestellt. Das ist also ein Übersichtlichkeitsproblem, auf das wir dann kommen. Und vor allen Dingen aber auch, brauchen wir die Features nicht alle gleichzeitig und wollen sie auch nicht alle gleichzeitig. Also, dass man im Präsentationsmodus zum Beispiel keine Objekte verschieben kann auf der Folie, ist in der Regel gewünscht. Es gibt manchmal Situationen, wo man sagt, ach, es wäre jetzt eigentlich schön, wenn ich in der Präsentation selber vielleicht auch eine Verbesserung machen kann. Aber in den meisten Fällen sagt man, wenn ich die Folien präsentiere, dann sollen die statisch sein, damit ich nicht versehentlich hier anfange, die Dinge zu verschieben zum Beispiel. Und dass man eine Folienvorlage von einer Folie selber trennt, ja, das ist ja genau Ziel von Vorlagen. Und dass ich dann zwei verschiedene Modi brauche, um die zu bearbeiten, ist auch logisch. Ja, welche Vor- und Nachteile hat das? Vorteile habe ich gerade genannt. Also, es ist einfacher zu verstehen, zumindest wenn man verschiedene Funktionsbereiche hat. Es sorgt für weniger Fehler, man hat weniger Elemente am Bildschirm. Zum Beispiel bei der Präsentation möchte man ja nicht die GUI für die Bearbeitung am Bildschirm haben. Die soll ja gar keiner sehen. Ja, und das sind alles Vorteile. Aber was sind denn Nachteile von Modi? Modi haben natürlich große Nachteile, denn sie machen das Ganze ja irgendwie auch komplizierter. Ich muss wissen, dass diese Software mehrere verschiedene Modi hat. Ich muss wissen, in welchem Modus ich mich befinde. Das kann es kompliziert machen. Das ist gerade bei Anfängern häufig ein Problem. Also, wenn Leute sich mit einer Software nicht gut auskennen oder generell nicht wahnsinnig computerversiert sind, dann haben sie häufig Probleme mit Modi. Man kann auch anders dazu sagen, sie verstehen nicht, dass sich eine Software in verschiedenen Zuständen befinden kann und wenn die Software verschiedene Zustände hat, dann auf gleiche Bearbeitungsschritte unterschiedlich reagiert. Und wenn man das nicht versteht, dann scheint einem die Software unberechenbar zu sein. Und das ist natürlich ein Problem, der bei Modi stark auftreten kann. Spüren wir aber nochmal weiter hinterher, zu fragen, was ist eigentlich ein Modus und was wollen wir eigentlich Modus nennen und was nicht? Ist das hier zum Beispiel ein Modus? Das ist ein sogenannter modaler Dialog. Gut, den Begriff Dialog wollen wir eigentlich nicht verwenden. Mir passiert das auch öfter. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich dann anstatt Eingabefenster oder Einstellfenster mal Einstelldialog gesagt habe. Der Begriff ist irgendwie halt verbreitet im User-Interface-Bereich. Aber warum modaler Dialog? Was heißt denn hier modal? Dieses Fenster da, dieses Speichern-Unterfenster, hat sich geöffnet über den Folieninhalt und über den Fensterinhalt und ich kann in dem Fenster nicht weiterarbeiten. Ich muss erst dieses Speichern unter, entweder durchführen oder abbrechen. Das ist das, was man modalen Dialog nennt oder man könnte auch modales Fenster hier an dieser Stelle sagen. Ich habe also etwas, was die Bearbeitung an der anderen Stelle verhindert. Man könnte dann sagen, das definiert einen Modus. Nur ist es so wahnsinnig sinnvoll, hier von einem Modus zu sprechen? Also zu sagen, ich bin jetzt nicht im Bearbeitungsmodus, sondern hier im Speichern-Unter-Modus, das kann man sicher sagen, aber man käme wahrscheinlich erst mal nicht darauf und hilft es uns irgendwie, da von Modi zu sprechen? Also, wie gesagt, es scheint ein bisschen schwierig zu sein. Gucken wir uns das mal historisch vielleicht an. Ich hatte ja dieses Nummernschild schon gezeigt, dieses No-Modes-Nummernschild, da gab es mehrere von, also rechts seht ihr noch ein anderes. Mit denen ist der Larry Tesla herumgefahren. Einer der wichtigsten Entwickler von grafischen Nutzungsschnittstellen ist dieser Larry Tesla und der hatte einen richtigen Kriegszug gegen Modi geführt. Allerdings ist das schon lange her. Er hat zum Beispiel über Textverarbeitungsprogramme gesprochen, beziehungsweise nicht zum Beispiel, er hat über Textverarbeitungsprogramme gesprochen und daran hat er das festgemacht, dieses Problem der Modi. Und was hat er denn damit wohl gemeint? Er hat die Textverarbeitungssysteme der damaligen Zeit, von Anfang der 80er Jahre, denkt daran zurück, als unfreundliche Monster bezeichnet, deren schärfste Klaue die allgegenwärtigen Modi sind. Puh, starker Tobak. Aber was hat er denn gemeint? Was für Modi hat er denn beschrieben? Und da muss man jetzt zurückdenken an die damalige Zeit. Er hatte da 1981 in erster Linie es mit Single-Tasking-Betriebssystemen zu tun, also Pro-Computern, die zu einem Zeitpunkt nur eine Software laufen lassen konnten. und das hat er als Problem angesehen und als Problem beschrieben. Das war ja auch 1981 normal. Also es gab ja nur ganz wenige experimentelle Systeme, die zum damaligen Zeitpunkt schon ein Multitasking ermöglicht hätten. Also eine Xerox Star wäre ein Beispiel, aber auch der war ja nagelneu zu diesem Zeitpunkt. Und was für ein Problem sieht er da drin? Er sieht da drin das Problem, dass das Programm einen Modus darstellt und wenn man zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm geladen hat und hätte auf der anderen Seite vielleicht eine Tabellenkalkulation und lädt entweder das eine oder das andere Programm, dann befindet sich das Programm oder der Computer entweder in dem Modus oder in dem Modus und immer nur ein Teil der Funktionalität des Computers steht zur Verfügung. Das hat er als großes Problem angesehen und beschrieben. Ja, und das kann man natürlich so sehen, aber das Problem hat sich natürlich mittlerweile erledigt, denn mittlerweile haben wir Möglichkeiten des Task-Switching. Wir brauchen nicht unbedingt dafür übrigens Multitasking, sondern wichtig ist das Task-Switching. Das heißt, die Programme müssen nicht unbedingt gleichzeitig laufen. Wenn ich es hinbekomme, quasi bruchfrei von der Textverarbeitung zur Tabellenkalkulation und wieder zurückzuwechseln, ohne dass ich jetzt Texte immer speichern und neu laden und sowas müsste, dann ist das auch kein Problem und würde genauso gut funktionieren. Der Prozess kann währenddessen ruhig zum Stillstand gebracht werden. Der nächste Modus, den Tesla hier beschreibt, der geht in eine ganz ähnliche Richtung. Er sagt, wenn ich das eine Programm habe und das andere Programm habe, dann kann ich nie sehen, was das eine Programm herausgegeben hat, was ich dafür ein- und ausgaben habe, wenn ich in das andere Programm wechsle. Ich habe hier also dieses Problem der zwei Objektwelten, die ich immer habe. Selbst wenn ich schnell hin und her wechseln könnte, ich kann immer nur ein Programm gleichzeitig sehen. Naja gut, auch das hat sich natürlich erledigt, denn es gibt Fenstertechnik und es gibt auch andere Technik der Einteilung des Bildschirms in mehrere Bereiche und dann ist es natürlich möglich, dass ich mehrere Elemente gleichzeitig sehe beziehungsweise mehrere Programmumgebungen gleichzeitig sehen kann. Also auch dieser Modus hat sich erledigt. Was hat er noch für Modi gehabt? Er hat von Dateihandling als Modus gesprochen und da muss man auch wieder zurückgehen, wie funktionierte denn Dateihandling damals? Es funktionierte zum Beispiel mit solchen Dateiauswahlboxen wie dieser hier unten, wobei die sogar neuer sein dürfte als 1981. Und ihr seht, die ist natürlich nicht besonders komfortabel an dieser Stelle. Das heißt, man hat viele Modi darin. Schauen wir uns das mal an, an dem Beispiel, was er gesagt hat. Ich habe einen Text, ich schreibe einen Text und möchte einen Textschnipsel, der in einer anderen Datei steht, einfügen an dieser Stelle. Und das geht über das Kopieren von Kommando in der Textverarbeitung, die er da beschreibt. Und dann kommt eine Anzeige, von welcher Datei. Jetzt hat man das Problem, man ist jetzt in dem von welcher Datei Modus. Das ist noch nicht so unbedingt das Problem, wenn man den Dateinamen kennt. Das Problem ist, man kennt den Dateinamen nicht. Und die Auswahlbox zeigt sie einen nicht. Das war damals durchaus üblich, dass man das nicht sah. Man musste den Dateinamen wissen. Das heißt, ich muss dann diesen welche Datei Modus verlassen, muss den Kopieren von Modus verlassen. Warum war das ein Modus? Weil ich, während ich in diesem Kopieren von bin, nichts anderes machen kann in der Textverarbeitung. Ich kann also nicht den Text irgendwie weiterschreiben. Gut, dann muss ich den Text abspeichern. Dann muss ich den Editor verlassen. Das ist ja auch wieder ein Modus als Programm. Die Dateiverwaltung aufrufen, also in einen anderen Modus wechseln. Dann kann ich das auflisten und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe dadurch, dass ich immer in Modus und Modus und Modus und Modus bin, eine ganz große Schrittigkeit, wie so eine Art Stack, der so aufgebaut wird und den ich dann auch wieder immer abbauen muss. Und das hat er kritisiert. Ja, aber das Problem haben wir auch nicht mehr. Denn im Dateihandling haben wir ja mittlerweile zum Beispiel die Möglichkeit, Dateinamen zu sehen. Auf die Idee ist man natürlich relativ zügig gekommen. Und selbst andere Modi dieser Art haben wir ja nicht mehr. Über Dateihandling habe ich ja in einem Video schon mal gesprochen. Also durch das Angebot von häufigen Nebenfunktionen ist dieser Moduswechsel in ein anderes Programm, wenn man das denn so nennen möchte, gar nicht mehr so nötig. Letzter Modus von Tesla, den er beschrieben hat, ist der Modus bei der Programmierung. Ich programmiere irgendetwas und dann habe ich hier den Quellcode gehabt und dann lasse ich das Programm laufen und dann verschwindet der Quellcode und ich kriege eine andere Ausgabe, wo dann zum Beispiel ein Laufzeitfehler drinsteht. Division by Zero. Sagen wir mal, das steht dann da an dieser Stelle. Und er sagt, das sind wieder zwei Modi, denn ich habe zum einen den Modus des Programms und der Ein- und Ausgabe und aus der anderen Seite den Modus des laufenden Programms und seiner Ausgaben mit eventuellen Fehlermeldungen und habe beides nicht gleichzeitig zur Verfügung. Ist das heute noch so? Ja, manchmal vielleicht, aber es muss nicht so sein. Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass man Quellcode und Ausführung und sogar ein Debugging-Tool gleichzeitig anzeigen kann. Das heißt, all diese Modi, die Tesla beschrieben hat, gegen die er sich gewehrt hat und wo er gesagt hat, das sind Klauen eines Monsters. Die gibt es so gar nicht mehr. Die sind heute verloren gegangen, weil es Techniken gibt, die diese Modi auflösen. Das heißt, wir sind so gesehen in dieser teslaschen Welt heute in einer ziemlich modusfreien oder ziemlich modusarmen Welt unterwegs. Trotzdem gibt es aber natürlich Modi. Ich habe ja bei PowerPoint und bei Keynote eben von Modi gesprochen. Wenn es sie aber dann doch gibt, aber diese sind keine mehr, dann muss sich irgendwie doch was geändert haben. Also die teslasche No-Modes-Idee, die können wir vielleicht so nicht mehr nehmen. Wie sieht es denn sonst aus? Modi sind ja nicht nur von Larry Tesla beschrieben worden, sondern stehen auch in den User Interface Guidelines von Apple drin, wo Tesla allerdings gearbeitet hat. Also gibt es dann sicherlich einen gewissen Einfluss auf Apple. Aber da habe ich mal zwei verschiedene Sichtweisen aus zwei verschiedenen Versionen der User Interface Guidelines genommen. Einmal 1992 und einmal 2014. Und jetzt schauen wir mal, was steht da? Gucken wir mal, was fett geschrieben ist. Brauchen wir nicht, das Ganze durchzulesen. 1992 wurde ein Modus als Operationseinschränkung beschrieben. Das heißt, hier steht A Modus typically restricts the operations that the user can perform while it is in effect. It locks the user into one operation and doesn't allow the user to work on anything else until that operation is completed. Das ist negativ konnotiert, locks the user in. Und dann steht in der vorletzten oder drittletzten Zeile da inklusiv as much as possible you want to preserve the user's ability to be in control. Das heißt, man soll Modi möglichst vermeiden. Das war 1992 die Idee. Das ist eine bestimmte Idee von Modus, die einen so einsperrt. 2014 hat Apple das Ganze anders beschrieben und auch anders begründet. Auf einmal begründet man nämlich über Ablenkungsfreiheit. Und was steht jetzt hier? Modality is a mode in which something exists or is experienced. Naja, gut. Der Satz ist nicht ganz hilfreich. Aber weiter. In Apps Modes can give users ways to complete a task or get information without distractions but they may do so by temporarily preventing users from interacting with the rest of the app. Das heißt, das ist jetzt neutraler beschrieben und sogar mit einer positiven Konnotation without distractions. Das wollen wir doch alle haben. Also müssen wir sie jetzt auch nicht mehr vermeiden. Das steht nämlich da ich da im nächsten Satz your job is to balance the advantages and disadvantages of modality. Aha. Also hier hat sich auch eine Änderung in der Sichtweise auf den Modus ergeben. Und das wird damit zu tun haben, dass 1992 noch Modi vorherrschten oder in den Köpfen vieler Programmierer waren, die ähnlich waren wie die, die Tesla beschrieben hat, während wir bei 2014 offensichtlich irgendwie anders geartete Modi haben. Tja, jetzt sind wir dem, was eigentlich ein Modus ist, irgendwie näher gekommen, aber so richtig erfasst haben wir es nicht. Wir haben vor allen Dingen so ein bisschen historisch mal drauf geguckt, was über Modi so früher gesagt wurde und was dann vielleicht heute dazu gesagt wurde. Wir müssen uns an einer Charakterisierung von Modi versuchen, die uns vielleicht irgendwie so eine Art Arbeitsdefinition ermöglicht. Aber das mache ich nicht mehr in diesem Video, sondern das kommt im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.